Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute mit Henning und mit Todt aus Weiterstadt. Wir spielen heute Squash. Die beiden sind schon motiviert. Der Henning ist ein bisschen lethargisch gerade. Und der Todt hat schon erzählt, er will mich weghauen. Wieder. Du hast einen neuen Schläger. Ja, du hast einen neuen Schläger, genau. Ich nehme Todts alten Schläger heute, weil ich meinen verloren habe. Ja, mal gucken. Also, los geht's nach dem Intro. Jetzt geht's los. Jetzt geht's so richtig los. Was für dein Gefühl denn? Das lauft ja noch lange. Ja. Ja. Oh! 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 Jawoll! Das ist der erste Ast! 1 zu 0! 2 zu 0! 3 zu 0! Warst du extra? Die 2 zu 0! Das wäre dann auch gleich so laut! 3 zu 0! 4 zu 0! 4 zu 0! Nein! 1 zu 4! 2 zu 4! 2 zu 0! 3 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 3 zu 0! 3 zu 0! 4 zu 3! Ich kotze. Ehrlich. Kommt alles gleich. Gleich geht's los. Das war das heutige Squash in den Weiterstadt. Tod hat heute alles abgeräumt. Alles abgeräumt. Alter. Sag mal was dazu. War einfach, oder? Alles abgeräumt. Aber richtig. Ja, das ist der richtige Kommentar. Henning und ich haben gleich viel gewonnen. Einmal habe ich gewonnen. Und du hast zweimal gewonnen. Das war Squash in den Weiterstadt. Mit Tod und Henning. Nächstes Mal wieder. Ich sage Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.